Internetnutzung ist bei Ihnen immer noch sehr auf zu Hause beschränkt? Dann wird es Zeit, dass Sie sich diesen mobilen WLAN-Router zulegen. Denn egal wo Sie sind, der kompakte WLAN-Router bringt Sie überall online. Und dank der Akkuversorgung benötigt er dazu nicht einmal eine Steckdose. Sie benötigen lediglich einen UMTS-Stick und schon können Sie mit mehreren Computern die Internetverbindung über das Mobilfunknetz nutzen. Per UMTS surfen Sie mit komfortablen 150 Megabit pro Sekunde. Da macht auch die Internetnutzung unterwegs Spaß. Verschiedene LEDs zeigen den Status des Routers an. Zum Beispiel über den Akkuladestand oder die Internetverbindung. Der Akku reicht für rund 90 Minuten mobiles Surfen am Stück. Zu Hause betreiben Sie den Router einfach mit einem Netzteil. Einfach mit dem DSL-Anschluss verbinden und wie gewohnt ins Internet gehen. Der Setup-Assistent hilft Ihnen bei der Konfiguration des Routers. So geht alles flott von der Hand und nichts geht schief. Natürlich sind Sie mit dem portablen Router absolut sicher unterwegs. Verschlüsselungsmechanismen wie WPA2 sorgen dafür, dass Ihre Daten nicht ausgeschnüffelt werden. So schön kann Internet-Surfen heute sein. Machen Sie sich frei von kabellosen Zwängen und gehen Sie mit dem portablen WLAN-Router ab sofort online, wann Sie wollen, immer und überall. Viel Spaß dabei!